Das alte Granville-Haus? Meine Mom nennt es so. Das ist aus einem Film. Es gibt keinen Strom, es ist unbewohnt. Das ist kein normales Licht. Tja, und dein Geist wohnt dort bestimmt nicht. Wer ist dieser Kerl? Nicht jeder Wunsch erfüllt sich. Wir sollten mit dem zufrieden sein, was wir haben. Echt cooles Fahrrad, Ricky. Wir haben das alte Granville-Haus darum gebeten und es ist wahr geworden. Das was? Na, das Haus neben Olivia. Du meine Güte, unsere kleine ruhige Straße wird zu einem Zirkus. Naja, du rufst deinen Wunsch und der Engel hört dich. Oh mein Schatz, da ist doch kein Engel. Es ist nur ein altes Haus von einem schlampigen Besitzer. Mein unmöglicher Weihnachtswunsch ist ein Ehemann für meine Mom. Er müsste Kinder mögen. Also mich. Ich wünsche mir einen Hund. Ich wünsche mir einen Freund. Ja, genau. Die Menschen hier beschädigen mein Eigentum. Ach, das ist Ihnen aufgefallen. Wow. Ich überlege mir ein freundlicheres Betreten-Verboten-Schild. Kann ich reinkommen? Nein. Wie sollen wir uns dann unterhalten? Ich wohne hier, um eine Ruhe zu haben. Keine Unterhaltung. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, was Olivia da treibt. Ich wusste nichts von Elsie. Sie ist ein Kind. Kinder verheimlichen Dinge. Äh, sind wir denn jetzt Freunde? Partner auf jeden Fall, aber... Freunde finde ich schöner. Nein. Ich bin 100er. Er hat es. Ich bin 100er. Wir sind 100er. Ich bin 100er. Vielen Dank.